Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 34.900 US-Dollar, wenig Veränderung derzeit im Kryptomarkt. In den Stockmärkten sehen wir aber dafür ein leichtes Korrekturpotenzial. Wir werden uns das auf jeden Fall jetzt gleich nochmal in Ruhe angucken. Außerdem natürlich Ethereum setzt sich weiterhin unsere Rallye nach oben hin fort oder kriegen wir jetzt langsam aber sicher hier wirklich so einen kleinen Breakdown. Die Altcoins pumpen weiterhin vor allem Chainlink mittlerweile bei 13 Dollar. Auch hier können wir mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Aber ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 34.900 US-Dollar, wenig Veränderung. Wir befinden uns weiterhin in unserem aufsteigenden Kanal. Je nachdem, wie wir es ziehen, können wir auch natürlich sagen, okay, wir befinden uns hier in einem Ascending Triangle, also einen weiterhin bullischen Chart-Pattern. So sieht es momentan nämlich aus. Wir haben gestern leider keinen Pump mehr bekommen. Das heißt, wir sind nicht über dieser wichtigen Marke, wo wir gestern Morgen darüber gesprochen haben, weil sie Marke von 35.350 US-Dollar nicht drüber geschlossen. Wir hatten nochmal einen kurzen Pump in Richtung 35.270. Das war es dann aber auch schon wieder. Und seitdem konsolidieren wir hier. Wir warten derzeit ein bisschen auf die Impulse. Die kommen aber bisher nicht. Wir haben ja, ich habe gestern schon gesagt, wir haben eine sehr, sehr ruhige Woche diese Woche. Keine wirklich relevanten News, die auf uns zukommen. Ich sage jetzt mal, im Nahen Osten ist es ein bisschen ruhiger, auch wenn es ein bisschen schlimmer geworden ist, aber news-technisch ein bisschen schlimmer, ruhiger geworden ist. Wenn wir uns mal einen Dollar ganz kurz angucken. Leichte Erholung derzeit. Das spricht natürlich dann auch wieder ein bisschen für sinkende Märkte. Und das sehen wir jetzt auch derzeit ein bisschen an den Stockmärkten. Dow Jones geht ein bisschen runter. Der NDX kämpft noch ein bisschen hier und den Support. Die Futures hingegen sind schon wieder ein bisschen weiter unten. Und der DAX vor allem hat etwas nachgelassen. Und das ist schon mal gut für die Trades zumindest, die derzeit laufen. DAX, Stop-Loss Entry bitte machen. NDX auch Stop-Loss Entry bitte machen. Dow Jones, wie gesagt, sind wir noch gar nicht drin. Aber da wird wahrscheinlich auch im Laufe des Tages heute vielleicht nochmal ein kleines Signal folgen. Aber das hat natürlich auch wiederum Auswirkungen auf Krypto. Sollten die Märkte jetzt heute wirklich einen Drawdown kriegen. Das heißt, deutlich, deutlich nach unten hin absacken. Ist es gut möglich, dass zumindest Bitcoin mal hier runter Richtung 34.500 US-Dollar geht. Und dann auf dem 4-Stunden-Chart unsere Trendlinie hier erst einmal testet. Die ist momentan auch intakt. Daran hat sich nichts geändert. Volumen geht deutlich nach unten. RSI auf 50. Das heißt, wir nähern uns hier so langsam mal wieder einem neutralen Bereich. Was längerfristig oder mittelfristig dann zu einem weiteren Pump führen könnte. Für alle, die dann im Endeffekt eine Long-Option suchen, schauen wir uns das mal ganz kurz an. Können wir uns vor allem hier diesen WIC bei ungefähr 34.400 US-Dollar erst einmal im Auge behalten. Der sollte auf 4-Stunden-Basis möglicherweise nochmal gefüllt werden. Gleichzeitig ist das hier auch nochmal eine schöne 4-Stunden-Demand-Zone. Wäre also ein guter Long-Entry, weil wir dann genau einerseits hier an der Trendlinie wären und zweitens vom Risk her von 1,13%. Absolut human, hier möglicherweise nochmal in den Long-Trade reinzugehen. Wir hätten den WIC gefüllt. Wir hätten eine schöne 4-Stunden-Demand-Zone. Und von hier aus könnten wir dann im Endeffekt wirklich Liquidität tanken und dann in Richtung 36.000 bis 40.000 US-Dollar gehen. 36, weil auf Daily-Sicht hier oben unser Rising Reds besteht. Das können wir uns auch nochmal ganz kurz angucken. Für alle, die das noch nicht gesehen haben. Das ist das übergeordnete Chart-Pattern, was wir immer noch drin haben. Was auch möglicherweise im längerfristigen Verlauf für einen bearischen Abverkauf führen könnte. Momentan ist es einfach nur ein Rising Reds. Wir sollten es nicht überbewerten. Trotzdem einfach mal drin lassen. Und der Widerstand, wie gesagt, liegt hier oben bei ungefähr 36.300 US-Dollar. Das heißt, es wäre der erste Widerstand. Fake-Out ist natürlich möglich. Dann kommen unsere 37.000 bis 40.000 US-Dollar wieder in Gang. Also momentan ist noch nichts verloren. Wenig Veränderung. Long-Position ist auf jeden Fall nochmal eine neue geplant. Für alle, die den Einstieg verpasst haben, einschließlich mir. Wäre das hier auf jeden Fall nochmal die kleine Möglichkeit dazu. Gehen wir jetzt nochmal rüber zu Ethereum. Hier sieht es momentan eigentlich weiterhin sehr, sehr gut aus. Wir haben gestern über die Möglichkeit gesprochen. Sollte der Support hier nochmal bestätigt werden. Danach sieht es derzeit sogar ein bisschen aus, dass wir diese Range hier, die wir Bitcoin ja auch haben, nach oben hin bereits verlassen haben. Bestätigt haben und jetzt hier ein bisschen rumkonsolidieren. Problematisch ist, dass wir noch kein höheres Hoch haben. Also wenn wir uns das mal auf den Einstundenschalt angucken, da hat es auch nicht funktioniert. Der WIC wurde gefischt. Schlusskurs war genau auf der gleichen Höhe. Das heißt, wir haben kein höheres Hoch gebildet. Und seitdem Konsolidierung. Also auch hier wartet der Markt wirklich auf neue Impulse. Wartet darauf, ob wir es wirklich nach oben hin schaffen. Ansonsten gleiches Beispiel wie jetzt eben gerade bei Bitcoin. Möglichkeit, dass wir hier nochmal in Richtung 1850 US-Dollar gehen. Sehr, sehr groß. Liquidität tanken und von hier aus dann wirklich die 2000 US-Dollar-Marke kurzfristig noch einmal anlaufen. Also auch hier bleibe ich weiterhin bullish. Solange wir eben diesen Support hier halten können, brechen wir da drunter mit einem 4-Stunden-Close. Auch hier mal ganz kurzer Blick auf den 4-Stunden-Timeframe. Passt auch schön mit dem WIC. Brechen wir da drunter. Ganz kurz auch nochmal hier das FIP-Level vielleicht dazu anlegen. Seht ihr auch. Perfekte Confluence. Also brechen wir da drunter. Bearish. Dann ist es sehr, sehr gut möglich, dass wir nochmal die Unterkante eben dieser Range hier antesten. Bei 1750 bis ungefähr 1740. So. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz rüber zu Chainlink. Auch mal ganz kurz auf den Chart. Und zwar war die Analyse etwas anders. Zumindest wo wir auf dem Daily darüber gesprochen haben. Dass wir hier Komplikationen kriegen in dem Bereich der 12 Dollar, war absolut klar. Das haben wir hier auch dargestellt. Hätte dann sogar nochmal mit einem Rücksetzer gerechnet auf ungefähr 7,40 Dollar. Sind aber jetzt nach oben hin durchgebrochen. Und das heißt, nächstes Ziel sind jetzt hier oben ungefähr die 16 bis knapp 18 US Dollar. Und sollten wir hier oben diese Marke erreichen, werde ich auf jeden Fall erste Profite nehmen. Wir haben sehr, sehr gut akkumuliert zwischen, ich sage jetzt mal, 5 Dollar und 11 Dollar. Das heißt, wir haben hier einen guten Entry von 5,50 Dollar. 100% haben wir schon gemacht durch unsere DCA-Strategie. Wie gesagt, normalerweise nehme ich bei 100% immer den Einsatz raus. Dieses Mal warte ich hier aber noch und werde dann erst hier zwischen 16 und 18 Dollar die ersten Profite nehmen. Warum? Weil mir die Chartstruktur momentan sehr, sehr gut gefällt. Natürlich, Volumen ist ein bisschen nach unten hingegangen. Sollte man jetzt aber auch nicht überbewerten. Weil das Momentum bei Chainlink sehr, sehr bullisch ist. Also Profite hier oben bei 16 Dollar werde ich dann nehmen. Nächste Einkaufskurse müssen wir dann nochmal eine Korrektur abwarten. Sollte ich hier überhaupt nochmal nachkaufen. Weil wir hatten hier eineinhalb Jahre wirklich Zeit, Chainlink zu akkumulieren. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus wenig zu sagen. Ich kann euch nur nochmal ans Herz legen, euch dieses Video anzugucken. Wilde Bitcoin-Theorie. Wo Bitcoin möglicherweise noch hin könnte. Vergleiche zu 18, 19. Schaut euch das gerne an. Und ansonsten war es das von meiner Seite für heute. Vielleicht schrone ich heute erstmal noch ein bisschen meine Stimme. Man hört es, es geht langsam aufwärts. Aber top ist es noch nicht. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen, entspannten Tag. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.